Hallo und schönen guten Tag oder guten Abend oder wann auch immer Sie das gucken. Mein Name ist Lopa, Hein Lopa und ja, wahrscheinlich vielleicht waren Sie schon mal bei einem unserer Online-Vorträge zu Gast oder vielleicht sogar Stadtführungen oder, na Sie wissen schon, was ich meine. Heute hören Sie mal wieder einen neuen Vortrag aus der Reihe Hein Lopa über. Sie wissen, das haben wir mal ausprobiert, das ist ein Vortrag online, da können Sie kostenfrei mit dabei sein. Und wissen Sie was? Wenn Sie beim Theater Interaktivo auf die Homepage gehen, da ist unten drunter, sind da die weißen Kästchen und in dem Kästchen, zwei, drei Links außen, da ist was mit Online-Links abholen. Da finden Sie mal jeweils das aktuelle Datum. Und wenn das unterstrichen ist, dann können Sie sich da einen Link abholen. Das ist meistens immer am ersten Montag im Monat. Und wir hatten an einem der vergangenen Montage, haben wir das Thema gehabt, Hein Lopa über die Geschichte in der Einbauküche. Interessantes Thema, oder? Dann machen wir das mal so. Oh, keine Banken, Sie schalten bitte nicht ab. Das ist kein Vortrag, der vom Hühnei bis zur Handgranate geht. Nein, das ist, wir wollen mal gucken, dass Sie ein bisschen neugierig werden. Und vielleicht haben Sie es ja auch mal sicher Lust, sich dann auch selber mal mit der Einbauküche zu befassen. Oder mit der Geschichte. Oder vielleicht gucken Sie auch Ihre Küche mal mit ganz anderen Augen an. Also, viel Vergnügen für die nächsten drei Stunden. Nein, das dauert nicht so lange. Also wenn Sie abschalten, auch okay. Aber vielleicht bleiben Sie ja dran und haben Spaß. Also, dann die Einbauküche. Dann schauen wir doch mal, was ein Dominikanerkloster in Rothenburg-Opte-Tauber, Leonardo da Vinci, die Architektin Margarete Schüttel-Lihotzki und ein Froschtümpel mit unserem heutigen Thema zu tun haben. Werden wir zum Essen eingeladen, dann wissen wir alle, wie das ist. Gehen wir aber doch mal zurück ins 17. Jahrhundert. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie das gehört haben, wie das dazu zuging, dann werden Sie Ihre nächste Einladung zum Essen mit ganz anderen Augen betrachten. Jede Wette. Behelflich ist uns dabei ein Buch mit dem Titel Eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge. Der Autor ist kein geringer als mein hochgeschätzter Bill Bryson. Also, der erzählt uns da etwas. Und da ist also 1662, hat der Herr Pepys oder Mr. Pepys oder P-Preis, Mitarbeiter im britischen Flottenamt, seinen Chef zum Essen eingeladen. Unbenommen, dass er einen guten Eindruck hinterlassen wollte. Damals wie heute, das hat sich nie geändert. Allerdings, also auf dem Speiseplan stand Fisch. Ja, genauer gesagt, Stör. Und beschreiblich war wohl der Moment, als das Essen serviert wurde. Also, lassen Sie mich das so umschreiben. Der Stör war nicht alleine auf dem Teller. Und ist, ähm, also, Augenzeugen wollen auch wohl, dass der sich selbstständig zum Tellerrand auch bewegt hat. Also, es war wohl ein sehr lebendiges Essen, aber das war ungewollt. Schluss mit dem Kopfkino. Rückwirkend betrachtet ist das natürlich kein Wunder. Weil da können wir sagen, wie konnte er nur? Ja, weil er konnte nicht anders. In dem, gab es denn schon einen Kühlschrank? Nö. Geschweige denn die Möglichkeiten, das Essen zu servieren? Nö. Da steckt schon mein, äh, da steckt schon ich wieder ein weiteres Thema drin. Machen wir heute aber nicht. Wir haben die Geschichte der Einbauküche. So. Und, äh, da sei ja zu Recht mal die Frage gestellt, äh, gibt es eigentlich eine Mutter aller Einbauküchen oder eine Uroma aller Einbauküchen? Ja, kann man sagen. In einem Dominikanerkloster in Ruthenburg ob der Taube. Genauer gesagt ist auch heute das Reisstadtmuseum drin. Die Küche über die Beriden stammte aus dem 15. Jahrhundert. Ja, man da haben auch die Dominikaner schon eine Art Einbauküche. Ja. Suchen wir den Herd, dann werden wir da bedingt fündig. So oder so, dass es damals schon eine abgetrennte Stelle oder einen Ort gab, wo nur das Essen vorbereitet wurde. Also, ich meine, machen wir uns mal von solchen Bildern frei. Das war lange nur tatsächlich den privilegierten Schichten vorbehalten. Es gab nur die offene Feuerstelle im Haus. Kleines Gitter, um zu, ist immer besser, damit nicht einer mitten durchs Essen latscht. Ähm, oder dass die Tiere da auch mal durchlaufen, weil die Tiere waren ja auch eher in freier Bodenhaltung. Und nebenbei diente natürlich dieses kleine Feuerchen, die Urgroßmutter des Herdes, dann auch noch als Licht- und Wärmequelle und als Mittelpunkt des Hauses. Rudimenter war die Ausstattung. Gekocht wurde im Kessel, der über den Feuer hing. Aber in der Tat, tadaa, es gab schon eine gewisse Art der Temperaturregelung. Ja, den, ähm, Spuren davon, Spuren davon verwenden wir auch noch heute. Sie erinnern sich da vielleicht an die, ähm, Formulierung, nun leh ich mal einen Zahn zu. Ja. So war das nämlich. Der Topf hing über dem Kessel an so einer Einteilung mit Zehen. Das heißt also, sollte es flotter gehen, zwei Zehnchen runter, hatte Faddis vierten Platten, wenn er von der Arbeit nach Hause kam, dann, äh, nochmal wieder drei Zehne rauf. So. Dann, äh, ja, wenn wir jetzt die Geschichte schon mal überhaupt dann haben, dann, äh, wissen Sie natürlich heute, ja klar, ich meine, wer hat es nicht, ähm, die Dunstabzugshaube. Wenn man, äh, die Frage hat, bestellt man sie eigentlich nicht, aber wäre eigentlich doch mal ganz naheliegend, dass man da mal nachschaut. Denn, äh, die Mutter aller Dunstabzugshauben war nebenbei bemerkt völlig wartungsfrei damals. Ja. Es war ein einfaches Loch in der Band. oder im Dach. Denn eins wusste man damals sicher, der Rauch wird schon seinen Weg rausfinden. Ähm, die Verwaltungen, aber wie lange es dauert, bis er den Weg rausfindet, das, äh, ist noch so eine Sache. Aber gut. Das, äh, und vor allen Dingen, konnte man auf diese Art und Weise sogar noch eine zweite Sache nebenbei gekonnt erledigen. Ungeziefer, sogar röchertes, ungeziefer, das, äh, also es war auch, äh, die Küchen waren relativ, äh, ungezieferfrei. Kleine Abstriche musste man natürlich bei den Bewohnern in Kauf nehmen, sich tagtäglich in einem verrauchten Raum aufzuhalten. Das können wir uns vorstellen, war der Gesundheit nicht zuträglich. Jedenfalls hat es gedauert, bis man Wohnen, Stube und Küche räumlich voneinander getrennt hat. Blicken wir nochmal, naja, auf die Burgherren, bei denen wurde ja auch schon gekocht, und, äh, vielleicht erinnern Sie sich da an so manche Schlossbesichtigung, da war die Küche oft in einem anderen Flügel untergebracht. Ähm, und am besten auch so, dass, wenn da mal was angebrannt ist, dann auch nicht gleich das ganze Schloss in Flammen aufging. Da hatte man, ähm, ja, in London hatte man bei dem großen Brand in der Stadt, der ist ja dann in der Bäckerei aus, der war, da hatte man das nicht ganz so im Griff. Aber gut, das sollte erst hunderte von Jahren später, und das ist auch heute nicht Thema. Also, wobei, äh, wenn wir da jetzt an, im Schloss an so eine Küche denken, was wir unter Küche verstehen, nee, Küche ist da nicht gleich Küche. Ob, ähm, also da gab es, äh, zunächst auch sogenannte Schauküchen, und natürlich die, wo so richtig gekocht wurde, also die ganze Vorarbeit, wo, und, äh, ja, so unterschiedlich die Küchen, so unterschiedlich war auch der Speiseplan. Ich will sagen, die Ausstattung bei Hofe musste schon besser sein, da kam ja auch mal Fleisch und andere Köstlichkeiten auf dem Tisch. Kommen wir da doch noch mal mit einem anderen praktischen Beispiel. Wie er schon mal für eine große Gesellschaft gekocht hat, der weiß, das Essen muss für alle pass gleichzeitig auf dem Tisch stehen, und es darf auch nicht eine kalte, andere warm, nix, gar nix, das, äh, und vor allem, es wäre ja auch besser, es müsste reichen, auch. Deswegen, ähm, Sie kennen da vielleicht so einen Spruch, da haben wir einen tollen gefunden. Fünf sind geladen, zehn sind gekommen, Gießwasser zur Suppe, heiß alle willkommen. Also, naja, wie haben die das damals gemacht, ne, im Ernst? Also gab es da schon mehrere Herdplatten, beziehungsweise Bratspieße? Ja, klar. Die Bratspieße, die musste ein Küchenjunge mit auf Windmühlenartigen Armen immer ständig rumdrehen, und, äh, Erleichterung breitete da ein Spies, ja, der sich dank seiner Flügelräder in der aufsteigenden Luft automatisch in Bewegung setzen konnte. Nennen wir das Modell ruhig Windbräter. Entwickelt von Leonardo da Vinci. Ja. Der konnte nicht nur Mona Lisa, nö, aber das, äh, der wäre auch schon Thema für mindestens drei bis vier Online-Vorträge, denn was er so alles erfunden hat, die Bremse an der Mühle und so weiter, ja, ja, Mühle am Wald, die musste ja auch gebremst werden, Leonardo. Aber das ist ja heute auch nicht Thema, heute ist ja die Einbauküche Thema, aber da hatte Leonardo auch seine italienischen Griffel schon mit dabei. So. Zu der Zeit tauchen dann auch schon die ersten Schränke auf, wo man Teller, Tassen und so weiter aufheben konnte. Verfört man die Geschichte weiter? So hatte sich so zurecht geköchelt, in puncto Entwicklung der Küche. Der nächste große Meilenstein soll dann erst im 18. Jahrhundert kommen. Den Anfang machte der französische Architekt François de Cuvillier, der Ältere. Wenn Sie jetzt sagen, den Jüngeren kenne ich, den Älteren nicht, Respekt, weil ich hätte den überhaupt nicht gekannt. In der Mitte des 18. Jahrhunderts fand er den Kastrolherd, abgeleitet von der Wodkasserolle für Kochtopf, genau. Verfeiner wurde dieser Apparat im ausgehenden 18. Jahrhundert von dem Grafen Rumford oder Rumford. So hatte er unter anderem einen Sparherd entwickelt. Jetzt gab es durch waagerechte Kanäle die Chance, die Wärme gezielt an die Stelle auf der Herdplatte auch zu bringen. Außerdem achtete er darauf, dass die Kochtöpfe und Herdplatte größenmäßig aufeinander mehr abgestimmt waren. Sie kennen das so, wenn man die Platte zuschaltet oder früher noch so, dann das passte ja selten. Aber der Herr Rumford hatte da einen Zusammenhang entdeckt und da hat er schon mal schön was von gemacht. Also mit anderen Worten, es sollte möglichst wenig Wärme verloren gehen. Wahrscheinlich kann man hier von der Uroma aller Ceranfelder sprechen. Ja, eigener Herd ist goldeswert. Nein, nicht die Sendung im NDR. Das ist klar, wir gehören zu Lebenserfahrenen, aber das, wie gesagt, heute ist ja Küche. Verlassen wir den Herd für einen Moment und wenden uns dem anderen extrem zu. Denn, äh, Erd das andere Extrem, was in jeder Küche natürlich heute wie selbstverständlich da ist, Kühlschrank. Ja. Auskunft dazu findet man übrigens auch in diesem bereits eingangs erwähnten Buch von Bill Bryson. Demnach eröffnet im Sommer 1844 die Wenham Lake Ice Company ein Ladenlokal am Strand von London. Im Schaufenster zu sehen war ein großer Eisblock. Bemerkenswert glatt unklar sei er gewesen. Als Beweis dafür habe die Firma eine aufgeschlagene Zeitung dahinter aufgehängt, die man, wenn man von vorne in den Block reingeschaut habe, noch prima lesen konnte. Können Sie sich vorstellen, was da los war? Also, diese Neuigkeit sprach sich in Windeseile herum und so war es nur eine Frage der Zeit bis in der Küche des Buckingham Palace. Der erste Eisblock. Hello, I'm the Eisblock. I want to work here. Oder, nee, anders noch. My name is Block. Eisblock. I'm for the job in the kitchen. Ja. Das, wie gesagt, der hat sich da gemeldet und wir könnten jetzt hier zur Entwicklung des Kühlschranks nochmal wieder abnehmen. Auch das ist nicht gerade uninteressant, machen wir heute nicht. Heute ist ja das Gesamtpaket, die Einbauküche, schon recht interessant. Was glauben Sie, was da noch alles drin steckt, wenn wir da erstmal noch von der Entwicklung des fließenden Wassers und so weiter, aber das machen wir heute auch nicht. Küche. Wir können aber sagen, mit all diesen Errungenschaften hatte sich die Küche zu einem saubereren Arbeitsplatz entwickelt. Mit anderen Worten, auch Zeit für ein neues Berufsfeld. Und das vertiefen wir jetzt auch nicht weiter, das Küchenpersonal, sondern es geht hier um die Einbauküche. Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts galt es nun vermehrt darauf zu achten, dass die Zeit in der Küche effizient genutzt werden konnte. Nordamerika beschäftigte sich schon seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit derartigen Gedanken. Als Vorbild betrachtete man die Küchen beziehungsweise Kombüsen auf den Ozeanriesen. Ja, klar. War ja auch pfiffig. Um es mit Vicky zu sagen, prima Idee, gucken wir uns mal an, weil da waren ja auch vierstellige Gästezahlen durchzuarbeiten und das musste ja auf Schlag auf Schlag alles fertig werden. In Deutschland blicken wir dafür mal an Land, nach Frankfurt. Mitte der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts startete Ernst May dort sein gigantisches öffentliches Wohnungsbauprogramm. Wesentlicher Bestandteil seines Plans war, dass er die Häuser von innen nach außen entwerfen wollte. Ja, also fortschrittlich war sein Plan und fortschrittlich auch seine Ansichten. in Österreich arbeitete zu dem Zeitpunkt bereits seine Architektin. Ja, sie haben keinen hohen Fehler, Architektinnen, in der Tat. Laut ihrem Eintrag im Internetlexikon Wikipedia war sie die erste Frau, die in unserem Nachbarland vollumfänglich, vollumfänglich, also diesen Beruf nicht nur studiert, sondern auch ausgeübt hat. Und sie konnte davon leben. Ihr Name Margarete Schütte-Lihotzki. Werfen wir einen Blick auf ihre Lebensdaten. Sie ist Jahrgang 97. 1897 und verstarb 00. Ja, mal noch einen kleinen Augenblick, ja, jetzt haben sie alle. Genau, sie ist 103 geworden. Was für ein gesegnetes Alter. Auch hier würde sich eine Abzweigung anbieten, denn Frau Schütte-Lihotzki, sie hat nie mit Franz Schütte ist da nichts. Also nur, weil wir hier aus das ganze machen ist nicht alles mit Schütte, nein, Frau Schütte-Lihotzki hat also, wir konzentrieren uns mal auf ihre Küchenarbeit, im wahrsten Sinne des Wortes, denn, ja, sie hat da, sie ging systematisch an ihre Aufgabe heran und wie hat sie das gemacht? Erinnern Sie sich, in Amerika hat man sich für die, für den Blick in die Kombüse entschieden, weil man sich ja auch tat, prima, wenig Platz, viele Leute, die da irgendwie was machen müssen, wie können wir das aufs Land adaptieren? Frau Schütte-Lihotzki machte das anders, sie ging in den Zug, ja, und sie ging in den Metropa Speisewagen und den hat sie sich genau angeschaut. Darüber hinaus stoppte sie nun jeden Handgriff mit der Uhr exakt ab. Dabei achtete sie immer auf eine mögliche Arbeitserleichterung. Können wir uns einen Moment. Kopfkino, hm? Also entweder hat sie das alles alleine gemacht, ob sie das so gefahren hat oder nicht, weiß ich nicht, aber sie war jedenfalls ganz kräftig dabei. Fragen Sie sich, wo das hingeführt hat? Ja, zur Mutter aller Einbauküchen. In die Geschichte ist sie eingegangen als die Frankfurter Küche. Den Begriff können Sie gerne als Suchbegriff verwenden, wenn Sie vielleicht, können Sie ja gerne parallel machen, sich hier um so ein Ding auf, so einen Tab und geben einen und dann können Sie die Frankfurter Küche, wenn Sie zwei sagen gleichzeitig können, Respekt. Dann ist, ich meine, der Eintrag im Internetlexikon Wikipedia ist schon beeindruckend. Hinweisen zufolge nahmen den Küchenentwurf in Deutschland Zwiegespalten auf. Oh, da wurden wir wieder unserer Rolle völlig gerecht. Gemeckert wird ja immer recht flott. Und wie heißt es da? Trotz durchschlagendem Erfolg bleibt die reine Arbeitsküche abgetrennt vom Wohnraum nicht völlig kritiklos. Es fehlte an Gemütlichkeit und viele vermissen das Essen in der heimischen Küche. Hinzu kommt, wie können beim Kochen die Kinder auf so knapp bemessenem Raum überhaupt ausreichend beaufsichtigt werden. In Frankreich, der andere Nachbar, war man très begeistert, très saison. Und ab dem Moment gab es keinen sozialen Wohnungsbaum mehr ohne die Frankfurter Küche. Sogar skandinavische Designer kopierten die Arbeit von Frau Schütte-Lihotzki. Wer sich damit noch weiter beschäftigen möchte, dem sei die Online-Lektüre des Magazins Monumente von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz empfohlen. Besonders jedoch die Ausgabe Dezember 2017. In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts hat sich der bekannte Designer Luigi Colani mit der Einbauküche befasst. Herausgekommen ist aber etwas, was Frau Schütte-Lihotzki gefallen hätte, und zwar eine Weiterentwicklung ihrer Frankfurter Küche in, damit wir uns das heute besser vorstellen können, in Frankfurter Küche 2.0, wenn nicht sogar 4.0. Bodenständiger ist da der Herr Eicher in die Küchen- Architektur-Geschichte da eingegangen, zur Einbauküche. So war es ihm wichtig, die Küche wieder in das soziale Leben einzubinden. Der Herr Otel Eicher war übrigens Mitbegründer der berühmten Ulmer Hochschule für Gestaltung. 1982 veröffentlichte er folgendes, Zitat, Die Küche zum Kochen, das Ende der Architekturdoktrin, Zitat Ende. Das war eine Studie für den Küchenhersteller Bullthaupt. Wenn Sie jetzt das Tee suchen, ist nicht runtergefallen, das klärt sich nur auf. Darin erklärte er die Ein-Personen-Küche und Schrankwände für überholt, hat sie erledigt. Er plädierte für individuelle, kombinierbare Module, für Verfügbarkeit statt Aufgeräumtheit. In Zeiten, in denen die Küchenarbeit nicht mehr allein der Frau unterlag, sondern gemeinsam praktiziert wurde, wollte er einen Werktisch im Zentrum platzieren. Eben ist zum ersten Mal der Name eines Küchenherstellers da so gefallen, so ganz nebenbei. Also das, wie gesagt, Bullthaupt. Wie gesagt, ganz wichtig, ohne Tee. Warum klärt sich gleich? Lange drüber nachdenken brauchen wir ja nicht. Also vereinzelt kann man das ja heute noch sehen, Linie 4, also wenn die da oder mit dem Auto da vorbeifahren, da in der Neustadt. Da ist Simatik, Pongenpol da an der Ecke und klar, wir könnten jetzt über alle irgendwie nochmal ein bisschen sprechen, aber wir schauen mal in die Firmengeschichte der einzelnen Betriebe. Beginnen wir doch mal mit Simatik. Sie wissen, welches Haus in der Neustadt. Friedrich-Ebert-Straße, genau. Und da ist dieser Sportladen, um Schmott-Karls, dagegen über die Ecke. Das Haus ist von Böller-Mengenus gebaut. Das ist, es geht heute nicht um Primen, es geht heute um die Einbauküche. Also Simatik. Die sitzen in Nordrhein-Westfalen. Der Filmgründer ist der Herr August Siegmann. Sieg- Mann. Begonnen hat er Ende der 20er Jahre. Eigentlich hatte er Möbelwerke, aber seine Spezialität waren eben Küchen. Ja. Seine ersten Küchenmodule trugen die Namen Erna, Hannelore und Ruth. Ja. Wir lassen das mal kommentarlos so stehen. Der Zweite Weltkrieg brachte bei den Sieg- Manns alles zum Erliegen. Aber Küchen wurden ja nun erfahrungsgemäß immer gebraucht und da ging es 1946 schon direkt wieder weiter. Erster viel beachteter Aufreger war 1960 die erste Küche mit integrierter Griffleiste. Wahnsinn. Heute hält es da alle noch deutlich auf dem Sessel zurück, aber damals war Hysterie pur. Außerdem nutzte man das Ergebnis, um den Namen Simmatic oder Simmatic einzuführen. Natürlich nicht ohne Hintergedanken. Der Name Simmatic oder Simmatic geht einem internationalen Kundenstamm leichter über die Lippen. Mit dem Erzielen der 100 Millionen Mark Umsatz ging man daran, Tochtergesellschaften in anderen europäischen Ländern zu gründen. Ende der 70er Jahre erfolgt der Eintritt in den US-Markt. Das war also das Ende für Erna, Handlore und Ruth. Die Küchen bekamen natürlich andere Namen. Seit 2017 ist die Nissan Group der Hauptanteilseigner von Simmatic die Familie Siegmann hat die Familienanteile jedoch behalten. Wichtigstes Merkmal bei Simmatic die Küchen werden heute nicht mehr wie anfänglich mit Vornamen betitelt sondern man konzentriert sich auf Stilwelten. Das klingt anders. Also so steht zum Beispiel die sandfarbene SC-15 mit Kunststoffoberflächen und einer Arbeitsplatte aus Mosaik im Apostolischen Palast. Ja, nicht hier irgendwo, In Rom. Ja, und im Vatikan. Und das ist ein Verdienst noch von Benedikt dem 16. Der hat nicht nur dort also nicht nur dort Simmatic gefahrt. In einem anderen uns bekannten Fußballstadion das ist die haben ihr Stadion heißt nun Schüco Arena also Bielefeld das war die Bielefelder einem. Heute ist der Verein ist ja dann auch in der ersten Liga da auch so 2020 auch noch also die haben wie gesagt auch in den Weblogen sind auch die Simmatic Modelle vertreten. Bevor wir zu Poggenpol kommen und dem letzten Teil unserer anfänglichen Aufzählung widmen wir uns der Firma Bullthaupt. Genau, ohne T denken Sie dran. Hängen wir noch mit Martin davor dann haben wir den Firmengründer. Die Geburtsstunde des Unternehmens ist das Jahr 1949. man expandierte flott. Ende der 60er Jahre dachte der Herr Bullthaupt dass das was bei Henry Ford ja gut geht Sie wissen die Fließbandnummer das kann auch bei uns klappen. Richtig. Er führte die Fließbandfertigung in seinem Betrieb ein. Das machte sie schon bald Anfang der 70er Jahre bezahlt. Da gehörte man zu den Top 5 der deutschen Küchenhersteller. Die Topmodelle waren Stil 75 und Concept 12. Der Export in die damalige Texas-Henno-EWG war nur eine Frage der Zeit. Ende der 70er wechselt die Firmenleitung auf Gerd Bullthaupt. Er stößt auch die Zusammenarbeit mit dem Herrn Ottel Eicher den wenn Sie nochmal zurücklaufen lassen der Name ist eben schon mal gefallen. Daraus entsteht das Küchenmöbelprogramm System B genau System B System B Ferner eine erweiterte Neuanführung war die Küchenwerkbank kurz K-W-B Ein weiteres Produkt aus der Zeit ist der klassische Bullthaupt-Wasserhahn. Das meine ich. Vielleicht schauen Sie in Ihrer Küche nochmal nach. Vielleicht wissen Sie es aber auch. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal von Bullthaupt. Nach den üblichen Auf und Abs kann sich die Firma bis heute behaupten. Laut der Einträge der Firmen im Internetlexikon Wikipedia.de gehörte Bullthaupt 2014 im Luxusmarken-Ranking dazu. Noch nie zuvor war ein Möbelhersteller auf dem fünften Platz zu finden gewesen. Erstellt wurde dieses Ranking übrigens von der Wirtschaftswoche. Bleibt zu guter Letzt noch die Firma Poggenpol. Genau. Dieser Betrieb gehört mit zu den Ältesten aus der Branche in Deutschland. Soll ich Ihnen mal was sagen? Hätten Sie mich vorher danach gefragt, wie alt diese Betriebe sind, dann hätte ich das gar nicht so genau sagen können. Und schon gar nicht im Fall Poggenpol. Gegründet wurde sie 1859 von dem Tischler Friedemir Poggenpol. Ja, Friedemir. Im Gegensatz zu den anderen Firmen ist bei Poggenpol die Geschäft also ich sag mal so die Geschäftssprache ist heute eine andere. Nihau! Das ist die Yamo-Gruppe aus Xi'anmen. Die haben das wie gesagt übernommen. Und erinnern Sie sich noch an den Anfang, als ich Dominikanerkloster Rothenburg, Henry Forda und so weiter und das letzte war ein Froschtümpel. Ja, genau. Der Friedemir, der hieß nämlich gar nicht Poggenpol von Anfang an sondern der hieß Schulze. Ja, wenn Sie es genau wissen wollen, ohne T, nur mit Z. Den Namen Poggenpol genau, Utspoggo oder so, das kennen Sie vielleicht, das ist Fosch, Kaukwappel, genau, ist Foschtümpel, genau. Den Namen Poggenpol hat er aus Dankbarkeit angenommen, denn die Familie seiner Tante hieß so, die haben ihm nämlich nach dem frühen Tod seiner Eltern aufgenommen. Und ja, wenn Sie vielleicht sich an das Frühwappen von Poggenpol erinnern, dann das waren tatsächlich ganz lange Kaukwappen. Und die Firma Poggenpol, die hat natürlich einiges, die haben 1928 ihre Reformküche präsentiert, die aus verbundenen Schränken einem separaten Schuhschrank sowie Spületisch und Stühl bestand. Die neuartige Oberfläche der Reformküche von Poggenpol wurde unter dem Namen Zehner Schleiflack bekannt, also Zehner Schleiflack zur Verdichtung der Oberfläche, fünfmal lackiert und abgeschliffen. 1952 kommt dann die Designlinie Forum 1000 und 1968 führt Poggenpol die erste Massivholzküche auf dem Markt ein. In Zusammenarbeit mit Luigi Golani und dem Institut für Umweltphysiologie entstand 1970 das sogenannte Experiment 70 die futuristische Studie einer Kugelküche. Und natürlich hat die Firma Poggenpol noch etwas ganz Bemerkenswertes gemacht, denn es ist ja so, dass die Menschen in der Küche auch anzutreffen sind, aber nicht so oft. Und Poggenpol hat zusammen mit einem Automobilhersteller eine schnittige Küche entwickelt, ich sage nur Stichwort Porsche Design. Wenn Sie da nochmal was nachschauen möchten in der Angelegenheit gerne, das lohnt sich, das ist sehr interessant. Poggenpol wird übrigens auch ausschließlich in Deutschland produziert und Poggenpol verwendet nur Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Und jetzt ist vorbei. Eine kurze Einführung in die Geschichte der Einbauküche. Wenn Sie Lust haben, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß bei Ihren weiteren Forschungsarbeiten. Unser nächstes Thema, das finden Sie immer auf der Homepage vom Theater Interactivo. Zwei, drei unten Links, die Online- Angebote, wo Sie sich den Link selber abholen können. Das ist toll, Sie müssen keinen Link schicken, also keine E-Mail schicken, damit Sie einen Link kriegen. Nein, Sie können sich selber abholen. Und falls es nochmal nicht klappen sollte, rufen Sie an, weil der Vortrag wird ja hier gehalten in diesem Umfeld. Also in diesem Sinne, vielen Dank, einen schönen Abend noch und das wäre jetzt ein bisschen platt, wenn ich sage, ich muss jetzt in die Küche, ne? Ja, auch wenn es draußen schon ein bisschen dunkel ist, aber nein, wir machen jetzt für heute erstmal hier Schluss.